In solchen Momenten, wenn du eine teure Uhr trägst und meistens in diesen Segmenten, Immobilien, Auto, irgendwelche geschäftlichen Sachen so, da kennen sich die Leute aus mit Uhren und dann kann dir so eine Uhr weiterhelfen, in dem Sinne, dass die Leute dich ernster nehmen, versteht ihr? Das ist so ein Statement, was du setzen kannst mit einer Uhr und dann kann eine Uhr schon helfen, Bruder. Eigentlich traurig. Ja, das ist irgendwo safe traurig und krass oberflächlich, aber ist halt so. Vor allem, wenn du jung bist, Chat. Weil ganz oft ist es so, wenn du jünger bist und halt irgendwie Geschäfte machen willst, dann nimmt dich halt, die wenigsten nehmen dich ernst. Aber wenn du dann mit einer Uhr ankommst, die halt so und so viele Tausende Euro kostet, Digga, und der Typ sieht die Uhr, dann denkt er sich so, okay, der Bruder hat schon irgendwo was gerissen in seinem Leben. Es ist zwar voll dumm und traurig, aber es ist leider Gottes oft so. Ich würde gerne beim Vater eine kaufen, das ist geil, Digga. Das ist geil, Digga. Ich hoffe, den Traum kannst du dir irgendwann erfüllen. Moji bald neues Video mit Knossi. Das liegt, glaube ich, einfach daran, Chat, dass Rolex halt so ein krasses Standing hat. Also wenn du an teure Uhren denkst, der erste Name, der dir in den Sinn kommt, ist Rolex, Digga. Ja, Rolex kennt jeder. Die ganzen Rapper tragen Rolex, die ganzen Stars tragen Rolex, deswegen sind halt Rolex beliebt. Was sagst du zu Omega Speedmaster als Einsteiger? Oh, geile Uhr, Digga. Omega Speedmaster, auch eine schöne Uhr, Digga. Eine schöne Uhr, Digga. Es ist ja auch, so Uhren sind ja auch eine gewisse Investitionschat, also eine gewisse Wertanlage, Digga. Es kommt auch drauf an, was für eine Uhr man sich kauft, aber du machst meistens kein Geld kaputt. Junge, Aquacintrix, wenn du noch einmal hier reinschreibst, wie oft ich Digga sage, dann banne ich dich hier raus, du Arschloch. Dann kriegst du aber einen Permaband, Digga. Dann kriegst du einen Permaband, Digga. Ja, okay. Junge, der Bann kam, also der Bann kam ja sehr, sehr schnell. Da war Shamina schon am, an der Tastatur, hat nur drauf gewartet.